gegnerische Schlachtschiff zerstört Juuu Tümmen Malzahdraan Juuu Tümmen Juuu Tümmen aber das ist unser eigener Juuu Tümmen 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 geht es sogar noch unter bis jetzt fällt sie noch also die hat gut schaden gekriegt die war jungen die ist finnisch yes yes we can wir sind einfach nur cool obama sagt immer yes weekend ja der hat sich super super die sind doch in der ecke gewesen wo ich mir gedacht habe die flugzeugträger aber hey scheißegal ich habe ihnen das ich habe ihnen denn das schiff weggeballert der war echt wichtig auf jeden fall sehr geil ja mit denen haben sie nicht gerechnet dass ich dann aus der ecke heraus gestachelt kommen wenn das natürlich das schiff alleine gewesen wäre wäre es besser gewesen so haben sie ein bisschen im kreuzfeuer gehabt hoffen wir mal dass die st louis gleich dauerst also gut vorgearbeitet habe ich also 8 tor vedo treffer sieben wasser einbrüche und 222 schiffe versenkt das müsste müsste echt passen wird definitiv auf jeden fall an sie ein win für uns wenn das jetzt nicht noch vergeigen oh man ist so wirklich treffen tut ja auch nicht aber er brennt ja jetzt jetzt hat ein fehler gemacht er hätte nicht einlenken dürfen so jetzt gucken wir mal ja aber der flugzeugträger wird jetzt nämlich gleich sowas von felix sein weil die dann hier ist nämlich mit den torps nämlich richtig cool ah die hat er zu spät loslassen die hat er zu spät loslassen das war scheiße was er gemacht hat ich glaube nicht dass die torps treffen das war nicht hat er nicht gut gemacht wir schauen uns natürlich die gefechte an wir wollen das natürlich wissen ja das hat halt echt sehr geigt haben wir aber gewonnen haben wir ja ich würde sagen das hat sich rentiert naja die st louis die haben mir da echt in der ecke probleme bereitet wenn wir jetzt 3900 dann kommen wir ja schon langsam dahin wo wir hin wollen 7500 brauchen wir jetzt mal gucken torbidos 22 22 22 10 30 30 30 15 13 ok weniger flugabwehr manövrieren geht schneller verborgenheit ist die die wicks besser achten wir kommen wir fahren noch eine runde mir auch gleich noch mal lackierung drauf unser kapitän ist auch fertig das ist natürlich sehr gut mehr wir machen machen das gut dann gucken wir mal ich habe jetzt gar nicht geschaut aufladezeit von torpedos aber kann ich gleich noch mal nachgucken hoch okay ja die fünf kilometer ist heute wieder Die Schlacht beginnt. Jetzt ist es da scheiße und ist es da scheiße ich fahre ich fahre ich fahre auf a hinter auf a zudem ist eigentlich scheiße es gibt gar keine flugzeugträger diesmal sehe ich gerade hier 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 Vielen Dank. Danke für das Vorbeigucken und dir viel Spaß. Danke.